So, heute geht's wieder jetzt bei Batman Arkham Knight. 100% Freunde, wir spielen uns Batgirl in der Quarantäne. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder gehst. Oha, diese Anspielung. Ey, was war das denn? Das war ja eine schlechte Runde. Aber so fing das bei Erschul auch an. Na toll. Ich konnte schon als erstes natürlich genau in den rein, der mit der Strom gesetzt wurde. Ganz vergessen, dass ich das ja auch kann. Nein! Ich verliere ihn doch. Ja? 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 Bist du nicht mehr so stark? Was? Ja? Immer noch eine Sie. Ach Mist. Mist. Doppelter Mist. Ey, jetzt langt's aber mal. Mach ich gerne. Nein. Nein. Komm mal, blöd. Ich bin hier da. Nein. Ja. Nein. Ah blöd. Ich bin hier da. kratzen, jo. Einen Rund haben wir ja eh noch. Und dann? Was passiert dann? Oh ne. Oh ne, jetzt muss ich mal anstrengen, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich wollte eigentlich... Nein! Nein! Also geht doch. Ey, Dreck! Hey, was macht ihr denn? Hallo? 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 Das war ja gar nichts. Zum Schluss. Was war das denn für ein Grafikglitch eben dieser Streifen? Genau.